Hallo, hier ist wieder euer Tommy und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar diesmal die Mandalorian Reaper Mod. Die ist eigentlich ganz abgespaced, also hat absolut keinen Bezug mehr zu irgendwas, aber ich fand es einfach irgendwie von der Optik her richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an den Punisher, ist irgendwie so der Anti-Held aus dem Star Wars Universum, der Mandalorianische Reaper, der dann irgendwie durch die Galaxis reist und Leute erledigt. Er sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus, ist eigentlich quasi Boba Fett in einem Schwarz, aber alles mit irgendwie so ein bisschen obskuren, an Totenschädel erinnernden Markierungen und Symbolen auf seiner Rüstung und so. Natürlich hier das Zeichen auch nochmal, hier auf der Brust ebenfalls das Zeichen und der Helm in sehr, sehr cooler Form designt, wie ich finde. Alles in schwarz gehalten mit weißen und roten Elementen und ansonsten halt eigentlich, wie gesagt, jetzt hier noch der normale Boba Fett. Aber ich habe natürlich noch nicht alles gezeigt, denn man kann natürlich nicht nur als Boba Fett spielen so, als wäre der Mandalorian Reaper so ein ganz normaler, gewöhnlicher, in Klammern Kopfgeldjäger. Nein, er ist natürlich auch unterwegs mit einem Lichtschwert und das ist natürlich auch nochmal eine coole Kiste, dass er hier als Kylo Ren auch nochmal unterwegs ist und man ihn hier auch so spielen kann. Und am liebsten hätte der Mod-Einsteller das wahrscheinlich gepaart, dass man irgendwie Boba Fett mit dem Jetpack und auch noch dem Lichtschwert irgendwie paart, aber das war leider nicht möglich wohl. Zumindest ist es sehr ambitioniert irgendwo, so eine Idee so umzusetzen. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und hier kann man vielleicht nochmal so ein bisschen besser den guten Mann angucken, denn hier steht er nicht so mit der Waffe vor der Brust, sondern hat so eine bisschen offenere Körperhaltung. Sieht auf jeden Fall echt cool aus, wenn nämlich so einer begegnen würde, da würde man glaube ich auch rennen, oder? Der Mandalorian Reaper. Hier sieht man auch nochmal das Zeichen von Boba Fett mit diesem Lichtschwert von Kylo davor als Symbol und so sieht er auf jeden Fall nochmal bedrohlicher aus, finde ich. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus und der Mandalorian Reaper erreißt durch die Galaxis und schlechtet die Schuldigen oder so. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich finde es mal interessant zu hören, was ihr denn sagen würdet, oder was ihr denn haltet von solchen Modvorstellungen, die dann doch eher sehr, sehr abgespaced und sehr, sehr, ja, gehaltlos sind irgendwo. Also das hat ja wirklich gar nichts mehr mit Star Wars zu tun oder so, sondern das ist reine Fanfiction irgendwie. Findet ihr sowas auch ganz witzig oder eher nicht? Soll ich sowas häufiger bringen, wenn da da auch eher abgespacede Mods dabei sind? Oder wollt ihr dann doch schon lieber irgendwie so ein bisschen Boots on the Ground mäßige Mods haben, wo man sagt, hey, die sollen schon ein bisschen Bezug haben zu dem ganzen Kram? Und, ja gut, jetzt zu fragen, ob ihr sowas gerne im Spiel haben würdet, ist natürlich Quatsch, weil sowas wird nicht ins Spiel kommen. Es ist wie gesagt einfach nur reine Fanfiction. Trotzdem ganz cool. Schreibt gerne mal eure Meinung zu solchen Mods in die Kommentare und würdet ihr gerne vom Mandalorian Reaper gejagt werden? Was macht ihr dann, wenn er kommt? Schreibt es auch in die Kommentare. Und dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.